Was sind die verschiedenen Magenkrebssymptome? Magenkrebssymptome erscheinen häufig zunächst vage und können anfänglich auf Behandlungen für andere Zustände ansprechen, was die spätere Diagnose verzögert. Sie können Müdigkeit, Übelkeit und Veränderungen der Darmgewohnheiten einschließen. Viele Magenkrebsarten sind behandelbar und die Prognose für den Patienten kann gut sein, wenn das Problem frühzeitig erkannt wird. Patienten, die sich um Symptome kümmern, die den Magen da